Yo, Leute, was geht ab? Ich bin's wieder mehr... Keine Ahnung, was das sein sollte. Extrem affig, aber dennoch ein bisschen cool. Na ja, auf jeden Fall, Leute, wieder ein paar Packs. Digger, Leute, ich hab sowas von kein Glück mehr, denn nichts auf der ganzen Welt geht mehr. Ich zieh nichts mehr. Seitdem ich Robin Neymar gezogen hab, vorbei. Aber vielleicht haben wir ja heute ein bisschen Glück. 4500 Points haben wir am Start, also heißt, gute Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Dann haben wir nicht großartig hoch, aber... Okay, okay, okay. First Pack. Komm. Bitte. Irgendeine coole Karte, Digger. Braucht einen geilen Start. Einen geilen Start. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Leute, nein, ich hab nicht... Digger, First Pack, Yaya Touré. Oh mein Gott. Ich weiß, du hatest gerade derbe. Ich weiß, ist okay. Aber ich sag dir eins, ich hab keine Ahnung, wie ich das selber mache. Es liegt nicht an meiner Bilanz. Äh, meine Bilanz ist immer so kacke, weil ich immer rausfliege, oder mein Internet scheiße ist, oder allgemein rausgehe. Digger. Ist mir scheißegal, ich lass das Gameplay einfach hier. Weil, ein Pack gezogen ist rein. Ja, ja, sorry. Lass einen Daumen hoch dafür weitere Pack-Openings hoch rein. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Ah. Ah. Never. Ah. Ah.